Da braucht sie doch mindestens 50 Flüge. Ich weiß, ja. Ich hab da mal ne Frage. Was ist mit ihrer Familie? Hä? Die haben doch alle einen Schweizer Pass, oder? Ich mein, sie hat Eltern, sie hat einen Bruder, richtig? Der Bruder hat ne Frau. Das sind schon 5, 6, 7 Touren, zack. Das sind alles so Schweizer Idioten wie Sie, die machen das. Langsam. Leute, ihr vergesst mein Geld. Entschuldigung, wie war das? Ja, das wollte ich dir noch sagen. Er hat auch noch Geld. Mein Geld. Nächste Woche kommen noch ein paar Mios rein. Ja. Ich ruf dich an, wenn es da ist, dann kannst du es abholen. Du rufst mich an. Wenn es da ist, ruf ich dich an und du kommst es holen. Aber wir arbeiten nicht für dich, Mom. Süße, solange mein Geld an deinen Titten klebt, arbeitest du sehr wohl für mich.